Einen Punkt gegen HSV gerettet oder wie würdest du es formulieren? Na gut, Verlauf des Spiels war blöd für uns. Wir wollten unheimlich schnell spielen, das haben wir auch versucht. Auf der anderen Seite haben Schiedsrichter unheimlich viel gelassen, dass sie hier wirklich ein langweiliges Spiel machen und uns einschläfern. Unser Problem, dass wir damit nicht zurechtgekommen sind über weite Strecken. Aber Moral der Mannschaft, Hut ab, Punkt am Ende, verdient gewonnen. Aber von hier kann man jetzt weiter arbeiten.